Hi, hier ist Martin von songwriteronline.com und wir sind bei Tipp Nummer 23 meiner Serie 28 Tipps in 30 Tagen. Ich hoffe, keiner von euch hat gestern irgendwelche schweren Sünden begangen, denn wir gehen heute etwas in die Kirche. Gerade in christlicher Musik kommt es öfter vor, dass man sehr große Chöre abmischen muss, sehr breite, weitgefächerte Backing Vocals mit sehr vielen Stimmen. Und wie man sowas optimal machen kann, das möchte ich dir in diesem Tutorial zeigen. Dazu hören wir erstmal kurz in dieses Beispiel hier rein. Okay, hören wir uns diesen Chor hier jetzt einfach mal erst Solo an. Und so weiter. Also wir haben hier sehr viele Stimmen und was ist jetzt unser Ziel hier? Zunächst mal singen die Lead Vocals über diesen Chor hier mit drüber. Das heißt, die Lead Vocals sollten immer noch leicht im Vordergrund sein, wenn wir diese Backing Vocals hier drunter mischen. Die müssen immer im Vordergrund bleiben. Hören wir uns diese Lead Vocals hier im Vordergrund mit dem Chor zusammen mal an. Okay, ich habe es jetzt schon so gemischt, dass die Lead Vocals leicht im Vordergrund sind, dass man die immer noch vor dem Chor wahrnimmt. Jetzt haben wir hier verschiedene Chorstimmen. Ich glaube, hier sind sogar mehrere Stimmen pro Mikrofon aufgenommen worden. Und wir hören in diese Stimmen rein. Ich höre mal Solo jetzt einfach rein kurz. Okay, wir haben insgesamt jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Choraufnahmen. Das heißt, die hier sind ein bisschen höher gewesen. Die penne ich ganz hart links und rechts. Normalerweise gehe ich nicht weiter als 30, aber das soll jetzt hier richtig breit sein. Ich mache die tieferen so ein kleines bisschen mehr in die Mitte. Ich lasse die letzten Choraufnahmen hier in der Mitte, weil es eine ungleichmäßige Zahl jetzt hier ist. Das heißt, wir haben also die höheren hart links, hart rechts. Die ein bisschen tieferen, ein kleines bisschen weiter in der Mitte. Und eine lasse ich komplett in der Mitte hier. Und jetzt hören wir mal, wie es jetzt klingt. Jetzt müsste es schon etwas breiter gefächert sein. Okay, jetzt haben wir sie schon ein wenig in die Breite bekommen. Was ich dann gemacht habe, ist eine EQ-Bearbeitung. Ich habe einfach hier einen Low Cut gemacht. Und wie ich schon in einem anderen Tutorial zu Backing Vocals erklärt habe, habe ich hier etwas von den Höhen weggenommen. Damit kann man die Backing Vocals auch immer ein bisschen besser in den Hintergrund drücken. Und dann habe ich den Gesang, diese Backing Vocals hier, etwas komprimiert, dass sie von der Lautstärke her konsistenter sind. Auch das schalte ich jetzt mal zu. Erst EQ und dann Kompression. EQ. Kompresso. Okay, somit bekommen wir diese Chorstimmen hier ein bisschen dichter zusammen. Und wie gesagt, bessere Konsistenz von der Lautstärke, dass diese, wenn sie höher singen, dass das nicht zu sehr ausbricht und komprimiert wird. Zum Schluss habe ich einen D-Esser geladen, weil die S-Laute mir so ein bisschen laut durch den Mix gestochen sind, waren so ein bisschen aufdringlich und habe hier ungefähr bei 10.000 Hertz dann die Frequenz gefunden, wo diese S-Laute sind. Gut. Jetzt aber, habe ich ja gesagt, wir wollen in die Kirche gehen. Und deswegen habe ich hier einen großen Hall geladen, mit dem ein bisschen rumgespielt. Large Round Church. Das ist ein Preset von diesem Hall. Und ich schalte ihn mal dazu und spiele da ein bisschen rum. Ich habe es jetzt schon eingestellt. Das ist hier ein Send. Und den schalten wir jetzt mal dazu, um diesen Chor in die Kirche sozusagen zu bringen. Moment, Entschuldigung. It is well, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Der Hall ist relativ silbrig, also relativ viel Höhen da drin und klingt auch so ein bisschen verwaschen. Aber wie gesagt, ich wollte, dass es wie in einer Kirche klingt und eine Kirche klingt nun mal ein bisschen so. Von daher passt es ganz gut, wenn es uns nachher den Mix nicht zu sehr zumatscht. Dann hatte ich noch eine Idee. Und zwar habe ich überlegt, es wäre ganz nett, wenn Sie bei den ersten beiden Parts, und zwar diesen Passagen, it is well, danach kommt eine Pause, with my soul, danach kommt eine Pause, wenn wir hier ein Echo hätten, es heißt, it is well, dann eine Wiederholung, it is well, with my soul, Wiederholung, with my soul, dass das wiederholt wird. Und ich wollte das nicht groß schneiden und deswegen wollte ich das über einen Delay machen, das wir gleich automatisieren werden. Diese Art zu singen nennt man übrigens auch Call and Response. Und das kommt aus der Gospelmusik, dass eine Gruppe was vorsingt und die andere Gruppe singt es danach. Dazu lade ich mir ein Delay in den Kanalzug und stelle das auf einen kompletten Takt ein. Dann habe ich eine komplette Wiederholung von dieser Passage und ich stelle es auf das Tempo natürlich von diesem Projekt ein. Das sind in diesem Fall 104 BPM. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Das ist auf Bus 11 und ich lasse es jetzt einfach mal an. So. So, jetzt haben wir natürlich Chaos, weil ich möchte ja nur die ersten beiden Passagen hier als Wiederholung haben. Deswegen automatisiere ich jetzt dieses Delay. Und das mache ich jetzt manuell. Ich mache mal den Mixer weg und wir gehen hier in die Automationsansicht. Sagen wir mal, ich möchte jetzt, ich mache es erstmal aus, ich möchte jetzt hier ab diesem zweiten Durchgang dieses Call and Response einbauen. Also ab hier. Jetzt machen wir hier einen Bypass. Das heißt Insert Bypass von diesem Age Delay. Und im Moment ist es so, dass das Delay komplett an ist. Ich möchte es jetzt auf die ersten beiden Passagen anhaben. Das heißt, wir schauen uns jetzt, wann diese Passage beginnt. Das ist ungefähr hier. Und jetzt machen wir das Delay an. Also der Bypass kommt weg. Und nach dieser zweiten Passage, With my soul, schalten wir dann das Delay wieder ab. Also ungefähr hier müsste das dann sein. Und hier setze ich jetzt dann wieder mal einen Bypass. Ups. Da ist, ab hier ist das Delay wieder aus. Jetzt schauen wir mal, wie das klingt und dass wir hier hinten dann kein Chaos mehr bekommen. Gut. Jetzt haben wir so, wie ich das haben möchte. Und das hören wir uns jetzt mal im Komplettmix an. Und schon haben wir uns einen kleinen Gospelchor gebastelt. Es ist wirklich wichtig als Mischer, dass man sich solche Stellen anschaut und versucht hier mit Kreativität ein bisschen mehr Spannung in den Mix zu bringen, um den Zuhörer bei der Stange zu halten. Also probiert solche Sachen eben einfach aus. Wenn euch was auffällt, irgendwelche Lücken, die man auffüllen könnte, die man ein bisschen spannender machen könnte, dann probiert das auf jeden Fall mal aus. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich bringe das weiter. Und wenn du das nächste Mal einen christlichen Chor mischen musst, dann hast du jetzt hoffentlich ein Werkzeug an der Hand, wie du diesen ein bisschen spannender gestalten kannst. Wenn es gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Tipp dieser Serie. Ich sage bis dahin. Ciao, tschüss und wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag. Ich sage bis dahin.